Oh Scheiße! Bitte helfe, es gibt ein Dieb! Hallo, bitte helfe! Hey, hallo, was ist passiert? Es gibt ein Dieb, er hat meine Tasche geklaut. Wann ist es passiert? Eben gerade. Und wo ist es passiert? Genau hier. Er hat viele Pittel, schwarze Haare, lange Ohren, gelbe Hose und grüne Jacke. Okay, wir versuchen ihn zu finden. Wenn Sie uns Ihre Telefonnummer geben, dann rufen wir Sie an. Okay, klar. 0197 865132. Dann bis später. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss! Du gehst nach links und ich gehe nach rechts. Hey, hallo, ich habe ihn. Komm, schnell. Ich habe ihn. Oh, super. So schnell? Warum hast du die Tasche geglaubt? Weil ich kein Geld habe. Dann musst du arbeiten. Aber ich finde keine Arbeit. Okay, wir gehen jetzt auf die Polizeiwache. Hallo, wir haben die Tasche. Ja, ich freue mich. Ich komme sofort. Ist das Ihre Tasche? Ja, das ist meine Tasche. Vielen Dank. Tschüss. 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 .